Hey mein Schatz, ich habe eine Überraschung für dich. Wir haben beide schon sehr lange auf diesen Moment gewartet und ich glaube, jetzt ist es soweit. Du bist für mich die wundervollste Frau der Welt, aber jetzt setz dich erstmal und mach kurz die Augen zu. Und dann möchte ich dich eine Sache fragen, mach sie wieder auf. Möchtest du mit mir Gummibärchen essen gehen? Ja! Oh mein Gott! Ich habe sogar noch andere Farben für dich. Schön ist meine Lieblingsfarbe, ich nenne sie alle. Ich liebe dich! Ich dich auch! Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich.